Dieser grüne Panzer muss doch manipuliert sein. Und zwar ist der gute Mann in der letzten Runde gerade noch zweiter und spielt Tanuki Mario. Wer spielt denn ein Waschbär? Auf jeden Fall bekommt er als letztes Item nur einen Pilz und einen grünen Panzer. Den wirft er dann auch knapp daneben und jetzt könnte man denken, dass die Runde gelaufen ist, wie eure Nase wegen dem Pollen. Aber nein, er nimmt den größten Umweg, um ihn dann Eahops zu nehmen. Und dass er deshalb erster wurde, ist einfach unfair. Ganz klar, ey!